Welche Feiertage gibt es eigentlich im Islam? Viele Feiertage, wie im Christentum auch. Ich denke, drei sind besonders wichtig. Opferfest, Opfer 1, also das Fest, das erinnert daran, dass Gott Abraham beauftragt hat, seinen Sohn zu opfern. So wird es im Koran erzählt. Und im letzten Moment dann, als er merkt, dass Abraham auf Gott vertraut und selbst in dieser Versuchung standhaft ist, stoppt er ihn und ein Tier wird geopfert. Daran erinnert das Opferfest, also ein Fest des Gottvertrauens im Grunde. Bekannter noch sicher der Ramadan, einen Monat lang, nicht essen, nicht trinken, am Ende das Fest, wo man sich besucht, Süßigkeiten schenkt. Und der dritte Feiertag, der von sehr vielen gefeiert wird, ist der Geburtstag des Propheten Mohammed. Also wenn Sie so wollen, sowas wie muslimisches Weihnachten, aber das ist natürlich schief ein bisschen.